Was bedeutet eigentlich Triple-negativ? Die allermeisten Tumoren haben ja solche Rezeptoren auf der Außenhaut der Zelle, sozusagen der Krebszelle, die Östrogenrezeptoren sind, Progesteronrezeptoren und Herz-2-Neu, so nennt man die Rezeptoren. Und wenn nichts davon da ist oder nur wenig Herz-2-Neu-Rezeptoren, genau dann nennt man es, wie der Name schon sagt, Triple, also dreifach negativer Brustkrebs. Allgemein haben die die Eigenschaft, dass sie häufig ein bisschen aggressiver sind. Bedeutet, wir können durch eine Chemotherapie deutlich mehr erreichen. Und das ganz Neue, Immuntherapie ist das Stichwort, was da sozusagen ganz viel Fortschritt gebracht hat, wie wir Patienten noch besser behandeln können in dem Ganzen. Und zweites Stichwort ist, was ist Triple-negativ in dem Ganzen? Natürlich kommt die Geschichte immer wieder Angelina Jolie dazu, die hervorgebracht hat, dass dieser vererbbare Brustkrebs ganz wichtig ist, dass man das frühzeitig erkennt, vielleicht in den Familien schon vorher sozusagen weiß. Und das ist so, dass wir häufig bei den Patienten mit Triple-negativen Brustkrebs, ist so jede fünfte Patientin eventuell mit dabei, wo der Krebs vererbt wurde. Die haben so dieses typische Muster der Triple-Negativität.